Machen wir so einen Outtake-Zusammenschnitt am Ende? Schnell! Action! Puh, jetzt bin ich nirgends. Aber das ist witzig mit meinem Haftwoch. Habt ihr Zeit? Komm in unser Team. Weiß ich nicht. Einige Sportlerteile an das Team zu sein? Das ist toll. Als Team sind wir stark. Und den Rest hab ich vergessen. So eine Kacke, ey. Werbung. Was? Das ist echt geil. Das ist echt geil. Jetzt anfangen zu blocken gerne. Warte! Warte! Das ist jetzt. Da brauche ich ein bisschen Hirnschmalz. Du willst Team dann gar nicht... Der Erste ist der Einfachste. Der Erste ist der Einfachste, oder was? Jeder von uns Athleten ist vielfältig. Doch als... Durch, ey. Jetzt ist schlecht. Als Team sind wir stark. Weil jeder das Beste einbringt. Scheiße! Entscheiden ist nicht, woher wir kommen. Entscheiden ist... Jetzt? Nein! Okay, von vorne jetzt. Von vorne. Geht auch nicht. Tatjana... Tatjana heißt sie, oder, von Make-Up? Sie freut sich, ich kann gleich von vorne anfangen. The power of love! Jawoll! Danke dafür! Danke dafür!